Jungs und Mädels, hallo miteinander, mein Name ist Anik Superstar, können mich vielleicht von virus.ch. Ich bin gerade dran, darum auch meine schreckliche Versuche und Kapuze da oben und Augenringe am Produzieren, und zwar am Produzieren von meinem ersten eigenen Song. Bis jetzt habe ich ja nur gecovered. Jetzt ist mein erster eigenen Song eingesungen, der Beat, der ist gemacht vom Red Reef, von einem Virus-Member. Der Song wird ich will hochheissen. Hier in diesem Produktionsstudio haben wir ihn aufgenommen. Er wird jetzt gerade noch abgemischt von meinem Superproduzent von A to the D to the I und er wird dann da auf Virus am Morgen zwischen 6 und 9 am 31. Juli, also am Tag vor dem 1. August ist Donstag, wird er die Premiere feiern. Ich bin extrem gespannt, ob ihn du geil findest. Und wichtig ist auch, wenn du möchtest, kannst du dein Video zu dem Song, den wir werden drehen mitspielen. Wenn du das möchtest, dann Mail schicken mit deiner Anteil-Nummer an feedback-at-virus.ch. Und ich freue mich extrem. Ich hoffe, wir kommen wirklich ganz weit hochheissen. Mit dem Song, ich will hochheissen. Also dumer drücken, Frauen und Superstar. Ich will hochheissen, ganz weit hochheissen, so weit hochheissen, dass ich nicht mehr kann schnaufen. Ich will hochheissen, ganz weit hochheissen, so weit hochheissen, dass ich nicht mehr kann schnaufen. zeige. Drei Vielen Dank.